Ich sagte, wir wissen nicht, ob er tot ist. Hoffen wir, dass es ist. Ansonsten... Ach, erzählen Sie uns was über das Schiff. Die Sangre del Toro war ein Panama-registrierter Frachter, der 49 vor der Küste von Peru verschwand. Wissen Sie, was er mit dem Schiff wollte? Was es geladen hatte? Oder wie es in die Wüste kam? Nein, weiß ich nicht. Aber wenn er es will, wollen wir es auch. Dann viel Glück. Hey, ich glaube, ich habe eine Lösung. Verstanden. Danke. Hier ist Ende, Amigos. Weiter komme ich nicht. Okay, finden wir raus, was die hier angestellt haben. Hier drüben habe ich einen. Perfekt. Da nutzen die die Imager, um die Sangre del Toro zu finden. Ich verstehe immer noch nicht, was Kirilenko mit dem alten Frachter will. Schätze, wir werden es rausfinden. Ghost Rider, hier Bravo 2-2. Kannst du diese Frequenz checken? 0, 1, 1, Alpha. Ja, okay, drei Treffer. Ich nabe sie auf eure Karte hoch. Oh, leer,inte griff. Okay. Okay. ... ... ... ... ... ... ... Ich habe diesen Kuss aufgelenkt. Du bist so schrecklich. No, ich bin! Es ist so schrecklich! Wollt! Achtung! Wir müssen weiter hochbrettern! 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 Was ist das? Soll ich mich übernehmen, hier! Weiter los! Mehr habt ihr nicht drauf, hier! Die Schreiber sind in den Kurs. Was ist das? Oh Wir müssen die Station sichern. Ich versuch's von da aus. Okay, ist erledigt. Was zum Himmel? Ah, Preston, ich bleib hier und seh zu, dass das Signal stabil bleibt. Du musst zu nem anderen Quadranten, während ich hier einiges justiere. Und vielleicht krieg ich auch was über Alguair raus, während ich hier bin. Oh ja. Sangre del Toro, da bist du ja, du kleins Luder. Ich schicke dir gerade die Koordinaten. Okay, rock'n'roll. Das Fahrzeug da sieht gut aus. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020